Hallo, mein Name ist Shai. Ich bin Amira. Mein Name ist Jakob und zusammen sind wir drei Viertel der Karma Class Expander. Und vielleicht kennt ihr den hier, den Karma Sneakers. Über 2000 Prosumentinnen laufen mit gutem Karma durch die Welt und jetzt wagen wir ein neues Abenteuer. Damit mit dem Karma Back! Wir vier wollen selbst gerne schöne und moderne Mode tragen, allerdings am liebsten nachhaltig und fair gehandelt. Und weil wir nicht Lust haben lange zu warten und vor allem Produkte kreieren wollen, die uns und euch auch wirklich gefallen, die wir brauchen und haben und tragen wollen, haben wir uns gedacht, wir machen es einfach mal selbst und das mit euch zusammen. Und deshalb haben wir drei Merkmale bei diesem Rucksack gemeinsam mit euch gestaltet. Das war erstens die Farbe, zweitens der Beige und drittens die Innentasche. Und dank unseres Partners Melaware können wir diesen Rucksack mit Bio-Baumwolle herstellen. Er ist Fairtrade zertifiziert und er ist natürlich mit Bienenwachs imprägniert. Das bedeutet, er ist fckwfrei und wasserabweisend. Zudem hat er eine ganz große Innentasche, wo Schlüssel und Portemonnaie reinpasst und ein Sitzkissen, damit ihr schön weich mit eurem Poppes sitzen könnt. Und ich habe ihn selbst auch total lange getragen und ich muss sagen, diese breiten Gurte, die können was. Und wie schon bei den Karma Sneakers haben wir auch diesmal wieder eine Mindestabnahmemenge von 500 Stück von diesem Baby. Und wir sind ja nur vier. Lona ist nicht dabei, aber eigentlich sind wir vier. Das heißt, wir brauchen noch 496 andere Menschen, die Bock auf diesen Rucksack haben. Und es ist wichtig, möglichst transparent zu sein. Also wenn ihr Fragen zur Produktion habt oder zum Beispiel zum Preis, schaut vorbei auf unserer Webseite. Ihr Lieben, wenn ihr den coolsten Rucksack der Welt, den Karma Back, mitprosumieren wollt, dann bitte unterstützt uns hier bei unserer Crowdfunding-Kampagne und erzählt so vielen Menschen wie möglich da draußen. Und wir sagen jetzt einfach nur, Karma is back! Das war's! Das war's! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk